In Consumer News, Economic Factors. Economic Factors make takes. Now the Easter Bunny. Economic Factors. Economic Factors. Economic Factors. Mein Name ist Peter Larsen. Reporter. Fotograf. Krisenwürdig Zerstattung at its best. Ich bin eine Marke, wo Peter Larsen drauf steht, ist auch Peter Larsen drin. Wo haben Sie das studiert? Äh, in der Praxis. Ja, welche Praxis? Im Leben. Ich brauche eine geopolitische Katastrophe oder was richtig Abgefliegtes. Ein tobes Flüchtlingskind auf Dachboden. Meine Augen. Ich meine, wo sind wir? Wo sind wir? Lass ich euch nicht zu sagen. Das ist der Moment, vor dem man sich immer gefürchtet hat. Ein Journalist oder ein Redakteur, eigentlich egal wer, entlarvt ihn und konfrontiert ihn mit seinem eigenen Dreck. Da! Welcher? Warum sprichst du Deutsch? Alle Texte, Videos, Posts und was du sonst noch zu Syrien veröffentlicht hast. 321 Dateien. Exakt. Ok, klar. Ich hab die, ich hab die Relation beschissen. Ich hab von dir auch auch die Zuschauer, die die Leser. Ja. Vor kurz! Vor kurz!